Schildern auch etwas, was viele Menschen sagen, dass diese neue Situation, miteinander zu kommunizieren, eine andere ist, als bisher. Man heißt, man muss andere Regeln für sich selbst auch beachten. Was ist mein Hintergrund? Wer läuft noch durch den Raum? Und solche Geschichten. Also Sachen, um die man sich bisher nicht so richtig gekümmert hat. Aber das will ich natürlich von Ihnen schon gerne wissen, ob das bei Ihnen auch so richtige Veränderungen herbeigeführt hat. Und das Zweite ist natürlich die Digitalisierung. Sind wir in Deutschland da nicht sehr schwach aufgestellt? Also ich habe das Gefühl, wir passen uns jetzt gerade an. Wir kommen mit dieser Situation langsam zurecht. Bei mir ist beispielsweise im Wohnzimmer jetzt so ein kleines Fernsehstudio. Das heißt, meine kleine Bücherwand, wo ein Sessel davor steht, dann immer ein Hocker, wo dann das iPad zum Film draufkommt. Und im Hintergrund dann Göster und er, so ein kleines Schildchen, improvisiert in dieser Situation. Und die Problematik, die wir natürlich haben, wir haben Regionen in Deutschland, wo die Digitalisierung überhaupt noch gar nicht so weit ist, dass das funktioniert im Bayerischen Wald an vielen Orten und an anderen Stellen. Und das ist eine große Problematik zum einen. Zum Zweiten ist es so, dass nicht jedes einzelne Kind ein iPad hat oder ein Laptop zur Verfügung hat in der Familie. Und auch da tun sich dann Differenzen auf, wenn es um die Beschulung unserer Kinder geht. Und das heißt, Deutschland ist relativ schwach auf der Brust, was Digitalisierung angeht. Das zeigen ja alle internationalen Vergleiche. Und das merkt man dann schon an einzelnen Stellen, wo es wirklich beginnt zu haben. Was hat Sie dazu gebracht, Politiker dann zu werden? Also ich bemühe mich auch bei meiner Politik um eine möglichst weitgehende Faktenlage und eine Tiefe, auch in den Positionen, die ich einnehme und auch in diesem Feld der Klima- und Energiepolitik, das ich mir ja sehr, sehr umfassend dann angeeignet habe. Aber die Entscheidung ist einfach gewesen, dass ich erst mal den Beruf hatte in dem Feld, dann ja auch Landessprecher gewesen bin in Schleswig-Holstein der Linken und dann irgendwann gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt aus, ob das klappt mit dem Bundestagsmandat. Und es hat ja dann auch geklappt. Und ich hatte auch schon die ein oder andere Idee für eine Promotion, um meinen Doktor zu machen. Und das habe ich aber dann doch dann beiseite gestellt und gesagt, nee. Ich glaube, Sie waren sehr aktiv, Sie haben sich sehr für, auch das ist die Umwelt, Sie sind auch, glaube ich, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Umwelt- und Naturschutz und Nuklealsicherheit als Bundestagsabgeordneter. Was treibt Sie dann, treibt Sie es dann wieder raus aus dem Parlament oder was treibt Sie dazu, da zu unterstützen? Na, wenn man will, könnte der Bundestag sowas sein wie so ein Raumschiff. Man könnte morgens da hinfahren, könnte da, also sich hinfahren lassen könnte man. Man müsste ja gar nicht die Füße bewegen. Könnte da dann frühstücken im Bundestag, dann die eine oder andere Sitzung machen, ein bisschen Sport vielleicht auch im Bundestag noch machen und dann abends sich wieder vom Fahrdienst zurückfahren lassen oder noch zu irgendeinem Empfang und Häppchen essen. Aber das ist nicht meine Vorstellung, da Politik zu machen, sondern ich glaube, dass man als Bundestagsabgeordneter die Pflicht hat, sich immer wieder zu erden und immer wieder zurückzukoppeln. Und ich bin ja auch, wie Sie es eben angedeutet haben, Bewegungspolitiker. Und das heißt für mich, wenn ich gesellschaftlich etwas verändern kann, dann muss ich auch gesellschaftlichen Druck entfalten, damit sich etwas bewegt. Weil ich überzeugt bin, dass sich eben nicht nur durch Parlamentarismus etwas bewegt, sondern auch durch gesellschaftliche Debatten und Diskussionen und Aktivitäten. Und das hat man ja sehr gut in der Anti-AKW-Bewegung auch gesehen, was die für eine Power entfaltet hat insgesamt. Eben nicht nur über das Parlamentarische, sondern gerade über die Aktionen Wackersdorf und andere mal zu erwähnen. Das demokratische Recht, seine Meinung darzustellen, auch durch Demonstrationen und durch einen Anführungsstrichen Widerstand zu einer besonderen politischen Situation, dagegen haben Sie grundsätzlich nicht. Aber Sie haben jetzt gerade aktuell formuliert für die Linke, dass man diejenigen, die jetzt auf der Straße demonstrieren gegen das, was Corona-Zeiten in der Entscheidung des Bundestages mit sich gebracht hat, nicht demokratisch ist. Wie kann man das unter einen Hut kriegen? Also ich bin auch schon zu so einer Demonstration gegangen. Vor dem Reichstag hat mir die Zusammensetzung angeguckt und habe gesehen, dass es dort auch eine Toleranz für sehr weit rechts stehende Menschen gibt. Also für Neonazis, die nicht viel am Hut haben mit Demokratie. Und wenn die nicht rausgeschmissen werden von so einer Demonstration, dann ist das ein Signal. Und wenn behauptet wird, es gibt kein Links und kein Rechts und hier darf sozusagen jeder auf dieser Demo reden, egal ob er Nazi ist oder Demokrat ist. Das ist für mich die Trennlinie, woran ich das festmache. Das bedeutet nicht, dass ich nicht in den Dialog gehe. Aber das heißt für mich, ich werde nicht Teil dessen und ich engagiere mich nicht in so einer Bewegung, sondern da ist für mich die Grenze. Und ich habe es neulich mal so formuliert, wir haben genug Mist in unserer Gesellschaft, gegen den wir demonstrieren können oder gute Dinge, für die man demonstrieren könnte, für gute Löhne, für Pflegekräfte, für Supermarktbeschäftigte, für mehr soziale Gerechtigkeit, für ein besseres Gesundheitswesen, für eine bessere Bahn beispielsweise auch eine ganz dringende Frage. Und da muss man sich nicht irgendwas ausdenken. Da muss ich mir nicht ausdenken, dass ein Bill Gates herkommt, die Bevölkerung auf 500 Millionen Menschen auf der Welt dezimieren will durch irgendwelche Impfungen. Das hat für mich so ein Element der Wohlstandsverwahrlosung, weil gerade Impfungen zivilisatorischer Fortschritt waren, um wirklich lebensbedrohliche Krankheiten auszurotten. Und das für die Menschheit so entscheidend war. Und in vielen Regionen das auch noch immer ist, dass Menschen geimpft werden. Und daraus dann so ein Angst- und Zerrbild zu konstruieren, wo immer noch mitschwingt, so ein Bild einer Weltverschwörung. Und das ist so der Punkt, wo es für mich halt nicht geht. Es gibt genug Probleme, die wir kritisieren können und angreifen können und wo wir konkret was verändern können in unserer Gesellschaft. Aber wir brauchen dafür keine Weltverschwörung. Wenn die Demonstration und Solidarität aufgekündigt wird, wenn da konkret Leute aufgerufen werden, geht ohne Maske in Läden, haltet die Abstände nicht ein, umarmt euch und sowas, dann sage ich, damit gefährdet man dann andere Menschen und kündigt Solidarität auf. Und ich glaube, dass wir erstens die Krise ernst nehmen müssen, dass wir zweitens da soziale Wege und ökologische Wege rausfinden müssen, dass wir drittens natürlich die Grundrechte und Freiheiten darum ringen müssen und sie immer wieder erneuern müssen. Aber auf keinen Fall heißt es, dass wir Solidarität aufkündigen. Sie müssen Entscheidungen her. In der ersten Phase haben Sie als in Opposition sitzend durchaus zugestimmt, was die Regierung entschieden hat, gemeinsam im Bundestag. Ist das heute noch so? Tragen Sie das heute noch weiter mit? Bestimmte Maßnahmen tragen wir weiter mit. Es war richtig, Wirtschaftshilfen zu machen, auch für Solo-Selbstständige zu machen. Wir sagen halt nur, keine Wirtschaftshilfen für Unternehmen, die gleichzeitig Milliarden Dividenden ausschütten und für Unternehmen, die gleichzeitig in der Krise Gewinne machen. Das darf nicht laufen. Aber grundsätzlich ist das richtig. Grundsätzlich ist es richtig, dass man Infektionsschutz macht. Aber da haben wir eben drauf gedrungen, die Bundesregierung, Herr Spahn, wollte es zuerst unbegrenzt. Dann haben sie sich in der Koalition bis März nächsten Jahres geeinigt. Und wir haben gesagt, warum diese lange Frist? Warum soll der Bundestag nicht einfach im September, das war unser Vorschlag, nach der Sommerpause, zusammentreten und neu beraten über diese Maßnahmen? Weil sich Demokratie ja immer wieder hinterfragen muss und erneuern muss. Und das heißt, wir tragen das mit, das schnell gehandelt worden ist. Und die Effekte zeigen sich ja. Allein wenn man die Kurven vergleicht zwischen Deutschland und den USA. In Deutschland sieht man so eine flache Kurve. In den USA geht es weiterhin steil bergauf sozusagen mit den Infektionen und den Todeszahlen. Das heißt, da ist was richtig gemacht worden. Aber als Opposition sagen wir darüber hinaus, bestimmte Sachen müssen wir kritisieren, wie beispielsweise die Aufweichung von Arbeitszeiten. Das ist auch in der Krise jetzt nicht angezeigt. Wenn wir raus wollen aus dieser Krise, müssen wir nachhaltig aus dieser Krise raus. Dann müssen wir soziale Rechte stärken und die ökologische Transformation, den ökologischen Umbau unserer Gesellschaft auch stärken, weil der Klimawandel eben nicht wartet. Und das ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Sache. Und deswegen sagen wir drittens, wenn der Staat irgendwo reingeht, wie jetzt bei Lufthansa, dann sollte der Staat auch die Beteiligungsrechte wahrnehmen und Einfluss auch auf die Unternehmenspolitik ausüben. In Frankreich wird das gerade mit Air France gemacht. Und Air France, die Fluggesellschaft in Frankreich, wird auf Nachhaltigkeit und ökologischen Umbau getrimmt. um sozusagen da so ein Vorzeigeprojekt draus zu machen aus dieser Fluggesellschaft. Und da sagen wir, warum machen wir es mit der Lufthansa nicht auch? Warum drängt Scheuer da drauf, dass man eine stille Beteiligung macht, also ohne Mitspracherechte? Man gibt die Milliarden an den Konzernen, aber man hat dann nichts davon. Und Beispiel Bahn. Die Bahn überlegt jetzt, ich hatte es gerade gelesen, 10.000 Angestellte wohl rauszuwerfen, um sich kaputt zu schrumpfen. Nur den Effekt haben wir ja jetzt in den letzten Jahrzehnten schon massiv gesehen, wozu Personalabbau bei der Bahn geführt hat. Und jetzt will man aus der Krise raus und die ganze Situation nochmal verschlimmern. Da sagen wir, das geht halt nicht. Man muss die Bahn rausholen aus der Aktiengesellschaft und muss sie wieder ganz in öffentliche Hand als Unternehmen des Bundes machen, um tatsächlich sich als Teil so eines Umbaus der Gesellschaft dann auch zu nutzen. Bei der Automobilindustrie wird dann ist die Frage natürlich auch erlaubt, wo Sie da gerade drauf mit dem Finger gezeigt haben, dass da Arbeitsplätze möglicherweise überproportional vorhanden sind, weil man sich das bisher leisten konnte. Aber für die Zukunft mit anderen Automobilen oder anderen Produkten, die man vielleicht auch noch Auto nennen kann, werden gar nicht so viele Menschen gebraucht. Da geht es ja aber dann auch an Arbeitsplätze. Ja, deswegen schlagen wir ja vor, einen sehr umfassenden Umbau zu machen. Das heißt, wir sagen ja auch, wir wollen nicht nur Elektromobilität, sondern wir wollen auch massiv den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Wir wollen die Bahn stärken. Und dafür braucht man andere Produktionskapazitäten, die wir in Deutschland momentan gar nicht haben. Viel größere Kapazitäten zum Bau von Zügen beispielsweise, zum Bau von Bussen, auch Elektrobussen, zur Herstellung von Schienen und Oberleitungen und so weiter und so fort. Das heißt, Transformation bedeutet, dass es sein kann, dass an der einen Stelle Arbeitsplätze wegfallen, aber dass man an der anderen Stelle nachhaltige Arbeit dann auch schafft. Und selbstverständlich hat man eine Aufgabe, sich um alle Angestellten auch zu kümmern in dieser Transformation. Und die Gewerkschaften sind da schon ein ganzes Stück weiter, als die Automobilkonzerne. Die IG Metall beispielsweise hat ein Papier rausgegeben mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, wo sie genau diesen Umbau der Gesellschaft auch einfordern, damit man eben nachhaltig rauskommt und damit man nicht nur ein Strohfeuer in der Konjunktur hat, sondern dass man langfristig wirklich auch die Industrie umbaut, wie es notwendig ist. Anders gefragt, ich will jetzt also nicht auf die Verkleinung ran, aber wenn weniger Menschen im Bundestag sitzen, und zwar nur die Experten, hat das nicht ein bisschen auch dazu geführt, dass zu viele Experten da sind? Das heißt, dass allgemeine, den Abstand zu normalen, realen Situationen bei vielen Bundestagsabgeordneten durch ihre Spezialität, in die sie sich hineinbegeben haben, weggefallen ist? Ist das ein Gedanke? Das sehe ich eigentlich nicht, sondern ich sehe eher die Problematik der Abgehobenheit von Politik und von Politikerinnen. Also der Distanz zu den Wählern. Der Distanz und sich einzubinden, dass man nun jetzt irgendwas Besonderes ist und über den Dingen sozusagen steht. Und ich habe es ja beschrieben, man könnte im Raumschiff-Bundestag abheben. Also ich kann mich, ich kriege wirklich ständig irgendwelche Einladungen zum Empfang der deutschen Automatenindustrie, wo ich dann im Kaminzimmer Zigarren rauchen kann, beispielsweise. Oder Zigarettenindustrie kommt natürlich auch mit Einladungen an. Keramikindustrie hatte ich auch schon. Und alles Mögliche. Und ich könnte mich da von morgens bis abends durchfressen, wenn ich das wollte. Und ich glaube, diese Art der Lobbypolitik ist etwas, wo viel mehr Bewusstsein drüber auch bei den Abgeordneten notwendig ist und viel mehr Erdung notwendig ist. Das heißt, vom Prinzip, wenn es nicht so schrecklich wäre, ist eine solche Phase für eine Gesellschaft schon gut, weil man nicht in ausgetretenen Bahnen weiterläuft. Ja, vielleicht ein Durchbrechen der Normalität. Vielleicht ist das das Spannende. Und ich hatte auch die Chance, ich hatte auch die Hoffnung, dass es zu einer Chance wird, so Solidarität, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, auch neue Wege und neue Ideen zu gehen, zu gucken, wie können wir unser Gesundheitssystem stärken und zu schauen, auch dass vielleicht diese Privatisierung im Gesundheitssystem nicht die schlauste Idee waren, wo wir glücklich sein können, dass wir in Deutschland noch ein relativ stabiles Gesundheitssystem haben. Aber die FDP fordert ja zum Beispiel, die gesetzliche Krankenversicherung abzuschaffen und nur noch die private Krankenversicherung sozusagen zu haben. Und das wäre, glaube ich, eine verheerende Situation. Wir können sehr froh sein, dass unser Gesundheitssystem so stabil noch ist. Das wären ein bisschen amerikanische Verhältnisse, nicht? Genau, genau. Und ich glaube, die können wir uns nicht wünschen. Wir hatten im letzten Jahr, war es, glaube ich, eine Bertelsmann-Studie, die gesagt hat, wir können 80% der Krankenhäuser erstreichen. Die Menschen nehmen auch gerne mal längere Wege zum größeren Krankenhaus, wenn sie besser versorgt werden im Kauf. Und Herr Spahn hat noch im Februar gesagt, dass es doch eine schlaue Idee wäre, jetzt alle Krankenhäuser mal auf den Prüfstand zu stellen und wie profitabel sie sind und welche man davon streichen könnte. Ich glaube, das wird er heutzutage nicht mehr so sehen oder zumindest nicht mehr so äußern. Vielleicht sieht er es noch so, aber er wird es vielleicht nicht so äußern. Und das sind so Gedanken, wo ich sagen muss, man vielleicht besinnt sich die Gesellschaft darauf, zu sagen, es gibt bestimmte Bereiche, die gehören der gesamten Gesellschaft, die müssen öffentlich organisiert werden. Das muss ja nicht heißen, dass es immer verstaatlicht ist, sondern es gibt ja die unterschiedlichsten Formen der Vergesellschaft. Es gibt Möglichkeiten von genossenschaftlichem Engagement und ähnliche Sachen, die man da ja auch stärken kann. Sie haben gerade die Bertelsmann-Studie angesprochen. Es gibt tatsächlich eine Sendung im deutschen Fernsehen, die die Anstalt heißt und wo über dieses Thema tatsächlich mal komischerweise nur nicht komödial, sondern richtig tatsächlich mit einer richtigen Recherche über die Verkaufspflicht oder die Privatisierung der Krankenhäuser geht. Das lohnt sich mal aus der Mediathek herauszuholen, um mal dann nachzugucken, wer da eigentlich alles beteiligt war. Aber Sie haben ja vollkommen recht, Sie haben das ja schon angesprochen, dass vielelei Dinge eben einfach gemacht worden sind aus Sparsamkeitsgründen, aus Synergiegründen für Aktionäre, aus vielerlei Dinge. Da könnte man ja als Linker sich sozusagen ganz riesig freuen darüber, dass die jetzt alle auftreten und Sie das mit Bedingungen verbinden können. Also sprich, die Lufthansa-Automobilindustrie. Freuen Sie sich darüber? Naja, einerseits, habe ich ja gesagt, könnte es eine Chance auch sein, dass die Gesellschaft sich da besinnt. Also Gesundheitswesen ist ja das beste, absurdeste Beispiel. Die Gesundheitsausgaben sind ja weiter gestiegen. Aber das Gesundheitssystem ist nicht besser geworden, sondern die Betreuung, der Betreuungsschlüsse in den Krankenhäusern ist weiter schlechter geworden. Diese Fallpauschalen wirken auch verheerend auf die Betreuung und menschliche Nähe auch gerade und so weiter. Unser Gesundheitssystem ist durch diese Reform nicht besser geworden, aber es ist auch nicht billiger geworden, sondern die Profite werden einfach anders abgeschöpft. Das hat die Anstalt ja ganz gut aufgezeigt. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist eine Chance, das Öffentliche wieder ins Gespräch zu bringen und zu sagen, warum die Gesellschaft auch entscheiden soll, was mit dem gemeinsamen Geld, also Steuergeld sind ja gemeinsame Gelder, letztlich geschieht. Aber ich sehe eben auch die Gefahr, dass wir wirklich in eine wirtschaftliche Krise ja auch rutschen und dass dann auch die Stimmen wieder stärker werden, die andere Sachen wollen. Also Bert Rürup zum Beispiel, der Rentenexperte damals unter der Regierung von SPD und Grünen, unter Gerhard Schröder, hat jetzt gefordert, man müsse jetzt auch die Renten auf den Prüfstand stellen, ob man mal nicht Rentenkürzungen machen könnte. Und Friedrich Merz, der ja leider noch immer Kandidat ist, als Parteivorsitzender für die CDU, wo ich ganz fest die Daumen drücke, dass er das nicht wird. Genau, genau, ist weiterhin einer der Kandidaten. Also ich hoffe, er hat keine Chance mehr. Hat jetzt gesagt, man müsste alle staatlichen Leistungen jetzt auf den Prüfstand stellen, auch alle sozialen Transferleistungen, also Transferleistungen, Hartz IV, Arbeitslosengeld und ähnliches. Und dann ist da gefragt worden, ja heißt denn das für Sie auch, dass man darüber nachdenken müsste, in der Krise, wie es zum Beispiel die SPD-Vorsitzende Linke gefordert haben, auch Vermögende stärker in die Verantwortung zu nehmen über eine Vermögensteuer. Nein, das können wir natürlich nicht machen und wir müssen die Leistungsträger und so weiter und so fort. Und die Gefahr bietet es natürlich auch, dass dann Hardliner kommen und sagen, die Krise soll bezahlt werden von den niedrigen und mittleren Einkommen, wie wir es in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise hatten. Das heißt, es ist auch ein Risiko und deswegen ist es auch so wichtig, auf die Straße zu gehen, nicht nur am 1. Mai und einzufordern, wir brauchen mehr Gerechtigkeit und Leistungsträgerin sind nicht unbedingt die, die mit Leerverkäufen an der Börse ihren Gewinn machen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es auf die Straße gehen, ja, aber zu gucken, mit wem? Oder unter welchem Banner und mit welchem oder mit welchem Symbol, Kraft, man sollte schon... Ich habe es ja vor der Krise schon immer vertreten. Für mich gehören, Freiheit und Gleichheit untrennbar zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Das hat die Geschichte gezeigt. Und das bedeutet für mich immer Demokratie zu verteidigen. Und deshalb, wenn ich eine Demonstration habe und ich sehe da Nazis, dann schmeiße ich die von dieser Demo runter. Und selbst, wenn es nur zehn sind, die haben da einfach nichts zu suchen. Dann habe ich als Veranstalter, habe ich die Pflicht, mich darum zu kümmern. Und wenn ich sage, ich toleriere die da, dann ist das auch eine Aussage und ein Statement. Und mit Nazis, mit den Menschen, die unsere Demokratie und Freiheitsrechte abschaffen wollen, werde ich niemals auf die Straße gehen. Ich mache Bündnisse und gehe gegen Nazis auf die Straße, selbst mit CDU-Lern, weil ich da eine gemeinsame Basis habe. Und das ist die Verteidigung von Freiheitsrechten. Aber ich gehe niemals auf die Straße mit Nazis. Wir sind tatsächlich schon fast mit einer Stunde wiederum. Wir haben noch eine Minute und die letzte Minute dürfen Sie gerne ausfüllen mit dem, was ich die anderen auch gefragt habe. Es kommt die gute Fee und Sie haben einen Wunsch frei. Egal, persönlich oder auch politisch oder so etwas, was würden Sie sich wünschen jetzt aktuell, was umgesetzt werden? Also ganz zentral ist, dass Verschwörungswahn nicht um sich greift, sondern dass diese Krise zu mehr Zusammenhalt führt, zu mehr sozialer Gerechtigkeit, gerechteres Steuersystem, bessere Bezahlung für Pflegekräfte, für Angestellte im Supermarkt, dass wir mehr Steuergerechtigkeit bekommen und dass wir wirklich gemeinsam das schaffen in dieser Krise die Demokratie zu stärken und Maßnahmen auch zu ergreifen, die für mehr Klimaschutz und für ein ökologischeres Zusammenleben auch in der Zukunft bieten.